Zum Start der neuen Handelswoche stehen nach meiner Auffassung zwei Dinge im Fokus. Erstens Evergrande, nachdem die Aktie heute in Hongkong vom Handel ausgesetzt worden ist. Und zweitens die Turbulenzen um die Fed. Doch der Reihe nach Evergrande, das war ja so lange ein bisschen verschüttet, kann man sagen. Man hat sich gesagt, ja okay, da ist jetzt praktisch Feiertag, ich bin in China, da brauchen wir uns jetzt nicht zu sorgen. Aber dann eben die Meldung, dass die Aktie von Evergrande in Hongkong, Hongkong handelt ja noch, während Festland China ansonsten nicht mehr handelt. Jedenfalls gab es die Meldung, Aktie erst mal ausgesetzt. Und das näherte Sorgen, ja was ist da los, was ist da los. Aber dann wurde nachgeschoben, ja wir erwarten, dass da ein Bieter ist, der Teile von Evergrande kaufen will, also bestimmte Vermögensgegenstände von Evergrande kaufen will. Hier sehen wir die Pressemeldung oder sehen wir, wie die Märkte dann auch darauf reagiert haben. Evergrande suspended, dann ging es erst mal runter. Aber dann eben auch die Meldung, ja da gibt es konkrete Interessenten etc. etc. Also nach weiß man nicht wirklich viel. Es ist relativ unklar, was da passiert ist, warum Evergrande vom Handel ausgesetzt wird. Wahrscheinlich ist schon, dass da eben wirklich Teile des Vermögens von Evergrande jetzt an den Mann gebracht werden sollen oder an andere Firmen gebracht werden sollen. Denn es ist hochgradig nötig, denn heute, genauer gesagt am Sonntag eigentlich, aber das zählt dann praktisch in den Montag rein, ist eine weitere Offshore-Dollar-Anleihe fällig. Im Volumen von 260 Dollar und zwei Zahlungen sind ja schon verpasst worden durch Evergrande. Allerdings gibt es da eine sogenannte 30-Day-Grace-Period, also eine Periode von 30 Tagen, bis das Ganze als Default gewertet wird. Also als praktisch Zahlungsausfall, was die Ratingagenturen dazu zwingt, dann praktisch das Rating auf Zahlungsausfall auf die niedrigste Stufe zu setzen. Jetzt ist eben diese Anleihe, die praktisch heute, respektive gestern fällig wird in Höhe von 260 Millionen Dollar, die wird bis Freitag fällig. Nicht insofern sonst eben Default gilt, das praktisch muss in dieser Woche bezahlt werden, wirklich konkret bezahlt werden, sonst wäre Evergrande praktisch tot mit dem Ratingzahlungsausfall durch die verschiedenen Ratingagenturen. Und hier eine Meldung von Bloomberg, eine Einschätzung, China versucht sozusagen so eine Art Zaun, um Evergrande zu bauen. Man versucht, dass da keine Effekte, keine Dominoeffekte entstehen, aber Evergrande selbst will man nicht retten. Man versucht nur den Schaden einzugrenzen, der durch Evergrande entsteht. Also eine Strategie, die sehr glaubwürdig ist oder die ich für sehr glaubwürdig halte, dass genau Peking das versuchen wird, Evergrande nicht retten. Weil man sonst das falsche Signal geben würde. Auf der anderen Seite versuchen, den Schaden so weit wie möglich zu begrenzen, indem man eben Evergrande zwingt, seine ganzen Assets zu verkaufen, die werthaltig sind, um das Ganze dann möglichst kontrolliert runterzufahren. In Sachen USA-China, da tut sich einiges. China hat massiv in den Luftraum von Taiwan eingegriffen in den letzten Tagen. Und die USA haben jetzt gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Das sind hier durchaus harte Provokationen. Und diese Provokationen sind ganz bewusst gewählt, wie hier Huxi Xin, Chefredakteur der Global Times, sagt. Ja, wir haben jetzt unsere Parade am Nationalfeiertag vom Tiananmenplatz in Peking verschoben. Praktisch in die Straße von Taiwan. Die Armee hat da einen exzellenten Job gemacht. Es ist eine Frage der Zeit, bevor die separatistischen Autoritäten in Taiwan fallen werden. Also das ist eine ganz klare Ansage. Wir warten nur drauf, bis wir Taiwan wieder in Anführungszeichen heim nach China holen. Man hat das ja nie akzeptiert. Jetzt ist das das erklärte Ziel von Xi Jinping. Natürlich, damit er der ganz Große, damit er größer sein kann als Mao, wenn er Taiwan heimholt nach China. Die Frage ist nur, wann das passiert. Eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt aus Sicht der Chinesen, weil sie als beiden als schwach einschätzen. Allerdings stehen jetzt eben die Olympischen Winterspiele an in Peking, respektive in China. Und das würde natürlich bedeuten, dass das total ins Wasser fallen würde, wenn man jetzt wirklich versuchen würde, davor hier Taiwan sozusagen heimzuholen. Aber es ist eine klare Androhung, die hier der Fall ist. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir uns das holen. Für die USA wäre das der totale Gesichtsverlust. Es würde bedeuten, dass sie nicht mehr die Fäden in der Hand haben. Es wäre praktisch die Kastrierung als Nummer eins der Welt, als Superpower der Welt. Dementsprechend kann man das nicht zulassen. Das wird das Thema des 21. Jahrhunderts werden. Und die ganze Geschichte geht weiter. Die Nachfolgerin von Mr. Lighthizer, den wir ja im Handelskrieg noch sehr gut erinnern, wird heute verkünden, dass die Chinesen den Phase-1-Deal, der ja unter dem seligen Trump noch ausgehandelt wurde, nicht einhalten. Also das Ganze kriegt eine neue Wendung. Dann will man sozusagen Konsequenzen erklären und androhen, was jetzt passiert, weil die Chinesen eben hier diese Abmachungen nicht eingehalten haben sollen. Jetzt sehen wir, und das ist hochinteressant, dass die Shipping-Costs von Shanghai etwa an die Westküste der USA, also von China in die USA, das erste Mal seit Wochen deutlich rückläufig sind. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist eine Entspannung, die wir hier sehen bei den Frachtraten. Das ist doch gut, das ist erhofft worden. Aber das Problem ist, warum ist das der Fall? Nun, weil so viele chinesische Firmen nicht produzieren konnten aufgrund von Ausfall von Elektrizität, dass viele dann eben diese Container, die gebucht waren, nicht beanspruchten, dann diese Container praktisch oder diese Stellflächen dann für deutlich günstigere Preise verkauften. Also es ist nicht ein Zeichen der Entspannung der Lieferketten, sondern es zeigt, wie dramatisch die Situation in China ist, dass sozusagen eigentlich gebuchte Container dann nicht mehr befüllt werden konnten, weil Chinas Industrie eben nicht hier produzieren konnte. Und wir sehen, dass jetzt nochmal neue Daten zeigen, dass wir im September den höchsten Wert in Sachen Supply Chain Disruptions hatten, nämlich wie lange hat es gedauert, bis dann Lieferungen erfolgen. 92 ist jetzt der Stand, das ist der höchste Stand seit 1987. Und wir haben jetzt ganz frisch aus Deutschland eine Meldung von IFO, Lage der deutschen Autoindustrie deutlich schlechter. Der Index hier für die Beurteilung der Geschäftslage ist von 53 praktisch noch im Juli auf 32 gefallen, dann im August und ist jetzt bei 13,2 im September. Also ziemlich deutlicher Absturz. Wenn wir jetzt mal uns vergegenwärtigen, wie die Situation eigentlich des Welthandels ist, dann haben wir vier Faktoren, die maßgeblich hier belasten. Das ist eben der Chipmangel, der jetzt ganze Industrien zwingt, vor allem die Autoindustrie, erstmal die Produktion stillzulegen. Dann haben wir diese Störungen an den Häfen, teilweise auch an Flughäfen. Wir haben die Energiekrise, dieses massive Überschießen von Energiepreisen und wir haben sehr hohe Commodity Prices, also sehr hohe Rohstoffpreise. Und jetzt ist das natürlich in der Summe alles total inflationär. Hohe Rohstoffpreise, all diese Dinge, Lieferketten, Engpässe, das sind alles Dinge, die natürlich schwer sind irgendwie zu verkraften, weil es zeigt, dass wir hier einen Angebotsmangel haben. Es kommt schlichtweg zu wenig Ware angesichts der nach wie vor vorhandenen Nachfrage. Und jetzt werden selbst so hyperbullisch agierende Investmentbanken wie JP Morgan so ein bisschen skeptischer. Allerdings versucht man eben zu beruhigen. Ja, wir glauben weiterhin, dass dieser Inflationsspike in diesem Jahr transitory ist und dann bald abebben wird, aber dennoch die jüngsten Entwicklungen in den Energiemärkten und die überraschenden Surprises, was hier praktisch die Lieferzeiten betrifft, die komplizieren die Lage für die Zentralbanken. Das ist zweifellos richtig. Die werden jetzt richtig kompliziert, denn die FED, die EZB, all die Notenbanken haben diese Entwicklungen natürlich massiv unterschätzt. Jetzt kommt diese Energiekrise noch obendrauf, die hochgradig inflationär ist, weil Energie sehr, sehr wichtig ist für die Berechnung der Inflation. Jetzt noch kurz ein Seitenblick auf die Lage in den USA. Da muss ja jetzt dieses Infrastrukturprogramm verabschiedet werden, soll verabschiedet werden. Aber jetzt haben die Progressiven ein bisschen, die linken Demokraten sind ein bisschen eingeknickt, haben gesagt, okay, wir bestehen nicht auf den 3,5 Billionen, die das Ganze hier ja umfassen sollte. Die Moderaten, die eher rechten Demokraten, haben ja gesagt, nee, also 3,5 ist uns definitely too much. Wollen wir nicht? Also wir haben hier einen Clinch zwischen den Demokraten in gewisser Weise. Die Progressiven um Otavio Cortes sind jetzt ein bisschen eingeknickt, haben als Erste sozusagen geblinzelt. Aber weiter im Text. Jetzt mit der FED vor allem. Wir hatten ja die Situation Rosengrain zurückgetreten. Wir haben Dallas-Fed-Chef Kaplan zurückgetreten, weil sie eben aktiv an den Märkten gehandelt haben, die sie aktiv beeinflusst haben mit ihrer Politik. Jetzt ist Richard Clary da im Fokus. Immerhin der Vize-Chef der FED, der einen Tag vor einer Ankündigung, die massiven Einfluss auf die Märkte hatte durch Jerome Powell, damals Februar, März, eben dann Gelder umgeschichtet hat, zwischen einer und fünf Millionen aus Fonds. Und zwar aus Anleihenfonds in Aktienfonds. Er hat also damit gerechnet, offenkundig, dass die Aktienmärkte steigen werden, dass da etwas kommt. Jetzt sagt die FED, ja, also dieser gute Clary da, das war ja vorher schon geplant gewesen, aber man hat nicht gesagt, das sei ein automatischer Prozess gewesen, vorher schon sozusagen geplant gewesen. Aber wann ist dieser Prozess geplant worden? Alles sehr undurchsichtig jedenfalls. Rückt jetzt der Nächste in den Fokus. Bisher hat es ja mit Rosengrain und Kaplan zwei hawkische Mitglieder erwischt. Jetzt mit de Clary da jemand, der genau wie Paul kein Ökonom ist. Beide sind Juristen. Beide kommen aus dem Investmentbanking und sind dann in die FED gekommen. Da ist also sozusagen die Positionierung am Markt gewissermaßen, naja, biografisch fast schon gegeben. Aber es ist nicht nur Clary da, der vielleicht auch zurücktreten wird müssen, nach den Rücktritten von Rosengrain und Kaplan, sondern es ist etwa auch Tom Barkin von der Richmond FED, einer der dorischsten Mitglieder der FED. Der hat zum Beispiel Unternehmensanleihen vorher schon gekauft, bevor er in die FED kam, aber die FED hat dann massiv eben Unternehmensanleihen im Rahmen der Bewältigung der Corona-Krise gekauft. Also auch er ein Profiteur dieser Politik. Da muss jetzt etwas passieren. Man muss letztendlich den FED-Mitgliedern sagen können, oder es muss gesetzlich festgelegt sein, dass jeder, der einen Posten bei der FED dann in solch einer Funktion antritt, kein Portfolio haben darf oder irgendeiner Form, muss klar sein, dass da kein eigenes Interesse im Spiel ist. So wird die ganze Geschichte nicht weitergehen. Das alles ist bedeutsam, weil es die Stellung von Jerome Paul schwächt. Jetzt wird ja in den nächsten Tagen, Wochen soll von dem US-Präsidenten bekannt gegeben werden, ob jetzt Paul nach Februar, wo ja seine Amtszeit endet, weitermachen kann. Ja oder nein. Jedenfalls sehen wir, dass die Wetten weiter in Richtung Lyle Brainard laufen. Sogar Roger Ferguson erlebt ein Comeback. Also immer mehr Bostitch jetzt auch im Rennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Paul weitermachen kann, liegt jetzt laut Wetten nur noch bei 60%. Vorher war das deutlich mehr. Also das schwächt die Position von Paul. Das sind ja Dinge, die er hätte wissen müssen, unterbinden müssen, denkt man sich, entweder hat er es nicht gewusst, dann ist das Führungsschwäche oder er hat es gewusst und nichts gemacht, dann ist es auch Führungsschwäche. Man kann es interpretieren, wie man will. Es bringt uns nicht weiter. Inflation is not going down. Inflation is hot. Wir haben eine sehr heiße Inflation. Und was wird die Fed jetzt machen, um diesen Bogen zu spannen, wieder zur Fed? Sie wird schlichtweg sagen, okay, wir werden nochmal unser Inflationsziel anheben. Nicht, dass wir zu weit drüber sind bei der realen Inflation über unserem Ziel. Dann hebst du einfach das Ziel an. Das ist natürlich adäquat. Mohammed El-Erian versucht, hier schon zu antizipieren, was da kommen wird. Halte ich auch für durchaus möglich. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass etwa die Rechnungen, die Elektrizitätspreise in Italien um fast 30 Prozent jetzt gestiegen sind seit letzter Woche. Und jetzt haben wir den Ur-Italiener Marcello Fraccerino, der uns genialerweise natürlich sagt, ja, die Kerninflation ohne diese volatilen Komponenten wie Nahrungsmittel und Energie ist ein deutlich besseres Maß, um den Inflationsdruck einzuschätzen. Und diese lag im September 2021 lediglich bei 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Also gegenüber dem Vorjahresmonat. Also 1,9 unter dem Ziel der EZB von 2 Prozent. Ja, Marcello, ganz klar. Dementsprechend sollten wir, damit die Inflationsberechnung auch weiter gut funktioniert, schlichtweg auf Nahrungsmittel und Energie verzichten. Wir sollten also besser nicht heizen. Das machen wir, Marcello. Und damit die Inflation wirklich nicht über 2 Prozent steigt, werden wir natürlich auf diese völlig unwichtigen Dinge wie Nahrung und Energie verzichten wollen. Der Marcello ist einfach großartig. Atomwende jetzt in Europa. Brüssel muss jetzt bald die Entscheidung fällen, ob Atomenergie als nachhaltige Energie eingestuft wird. Zumindest wird dort nicht der CO2 emittiert. Die FDP setzt sich dafür ein. Die Grünen sind natürlich dagegen sehr. Dieses Anti-Atomkraft-Ding gehört zur DNA der Grünen dazu. Aber jetzt ist eben die Frage, was macht man angesichts dieser Energiekrise, die sich ja abzeichnet. Hier ein Bericht, dass China alles an Gas und Flüssiggas kauft, was es irgendwie bekommen kann, sodass dann eben die Europäer oft leer ausgehen, was den Preisanstieg dann wiederum erklärt. Also hier sehen wir, dass die Dinge sich ein bisschen weiter nach oben schaukeln. Und ich vermute, auch grüne Hintern frieren im Winter nicht gerne. Dementsprechend wird das Ganze jetzt eine ziemlich spannende Zeit, wie da Ideologie auf Realität trifft. Wird Ideologie siegen oder die Realität? Die Ideologen sagen ja immer, ja, die Realität ist falsch, die muss sich unserer Ideologie anpassen und nicht andersrum. Mal schauen, wie das Ganze ablaufen wird. Hier nochmal abschließend ein Blick auf die Situation, wie viel Gas von woher Europa praktisch importiert. Letztes oder 2019 noch 44, knapp 45 Prozent aus Russland, gut 21 Prozent aus Norwegen. Algerien ist dann noch ein Faktor. Katar ist ein Faktor, die Vereinigten Staaten. Aber es ist jetzt ein bisschen der Russland-Anteil nach unten gegangen, knapp 40 Prozent, nur noch Norwegen knapp 20 Prozent. Also das sind die beiden, die praktisch liefern. Wir sind also ein Stück weit von Putin abhängig. Und dementsprechend wird das Ganze auch eine sehr interessante Frage, wie wir uns zu Putin positionieren. Ob Putin uns vielleicht für die eine oder andere Demütigung, die etwa mit RT Deutsch hier passiert ist, jetzt mit diesem Leak, dieser neuen Papers, die hier Pandora heißen, die glaube ich, das wird noch eine lustige Geschichte. Wie die ganze Geschichte einzuschätzen ist, das können Sie lesen im DAX Daily, ganz frisch, auf Finanzmarktwelt.de werde ich unter dem Video verlinken. einen Wochenausblick, was ist da der Fall. Wir haben am Freitag die großen Arbeitsmarkten. Das wird wichtig in Sachen Fett. Aber es könnte eine ziemlich spannende Woche werden. Das hoffe ich ein bisschen im Urin und wünsche jetzt einen guten Start in eben dieselbe und sage Servus und Ciao.